Ich grüße euch von NTT-Touchs und hier kommt noch mal ein kleines Spezial-Info-Video zum PDB, der uns ab morgen, also dem 4.1. wohl erwartet. Ich habe gedacht, ich möchte noch mal ein schnelles Video darüber besprechen, ein paar Sachen mit euch, dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Also, das ist das erste Update im neuen Jahr und es geht erstmal um das Survivor-HD. Da kommen ein paar neue Sachen hinzu und zwar, guck, kann ich das Bild hier größer machen? Jawohl, kann ich kurz gucken, kann ich... Ich komme da nicht in die Ecke rein, schade. Im Großen und Ganzen geht es darum, an den Survivor-Porträts kommen dann so kleine neue Bildchen hinzu, nämlich zum Beispiel im Falle von dem Typen, der das Totem hier macht, kommt daneben in seinem Bild so ein Totem. Wer einen Generator macht, hat einen Generator, wer eine Truhe aufschließt, hat eine Truhe. Wer nichts macht, nur rumläuft und rumsteht, kriegt halt so ein ganz normales Männchen angezeigt. Ja, das soll halt dabei helfen, in der Solo-Queue ein bisschen Bescheid zu wissen, was machen meine Mates eigentlich. Bin ich auf jeden Fall gespannt und großer Fan von der Geschichte. Noch ein bisschen Text hierzu, blablabla, halt genau eigentlich das, was ich euch hier gerade erzählt habe. Dann gab es ja die Wiggle-Mechanik, die ist aktuell im Live-Game noch Beta, wurde halt von uns Spielern ausgiebig getestet. Und wird, so wie ich den Text hier verstanden habe, demnächst dann für alle, für alle Live-Game, ja, dann ist diese Wiggle-Mechanik quasi fest drinne und pflicht. Ja, dann geht es zur Nerse-Schmörse, die kriegt, ja, also Nerse-Spieler werden kotzen, denn die kriegt einen absoluten Hardcore-Nerf, ja. Also, ich glaube, damit verliert Nerse tatsächlich den Rang als stärksten Killer im Spiel, vielleicht. Also, es könnte passieren, es könnte aber auch alles nur Müll sein, was ich gleich erzähle. Also, was hier steht, ist kein Müll, das wird passieren, aber vielleicht wird Nerse dadurch nicht mehr Top-Tier-Killer sein, Leute. Und das ist das Wichtige. Also, was passiert eigentlich mit der Nerse? Also, es werden Add-Ons geändert, dazu komme ich gleich erstmal. Die Entwickler haben beschlossen, die Nerse ist zu stark. Ja, es kommen immer neue Perks und die profitiert richtig krass davon, weil, jetzt kommt es, ihre Kraft ist das Teleportieren. Und der daraus resultierende Schaden, den die Nerse ja macht mit einem Schlag, zählt aktuell als Grundangriff. Und deswegen profitiert die Nerse von allen Perks im Spiel enorm. Ja, du kannst durch alles durchteleportieren, du hast keine Hindernisse und durch deinen Grundangriff profitierst du von jedem Perk. Und das macht Nerse so stark und haben die Entwickler gesagt, okay, das kann nicht sein, ja, die wird hier immer stärker. Und ihre Teleportangriffe, also wenn sie teleportiert und dich dann schlägt, das sind jetzt Spezialangriffe. Bam! Und schon ist der fette Nerf da, mit dem keiner gerechnet hat. Ja, die Teleportationsangriffe der Nerse werden zu Spezialangriffen quasi, ja, wie beim Demohundi, der hat ja das Schreddern als Spezialangriff, das macht dann Schaden. Und dann hat er noch seinen normalen Grundangriff. Und das passiert mit der Nerse auch. Teleportationsangriffe sind Spezialangriffe und damit verlegt die Nerse eine Menge, Menge Topperks, ja, was sie jetzt aktuell so stark gemacht hat. Darüber hinaus werden die Entwickler noch ein paar Addons nerven tatsächlich. Äh, zum Beispiel Langstrecken-Teleporte werden gar nicht mehr möglich sein. Die Addons dafür werden komplett abgeändert, ja, dass sie einen komplett anderen Effekt geben und keine Langstrecken-Teleportationen mehr. Uff, da bin ich mal gespannt, wie das die Nerf-Spieler so aufnehmen. Das ist ja wirklich, äh, ja, das ist, ich habe ich gar nicht mit gerechnet, dass sie so einen Nerf rausblasen. Dann kriegt der Ritter allerdings, der, der Killer, der als letztes hinzugekommen ist, einen mega, mega krassen Buff. Ähm, denn die Entwickler haben so ein bisschen geguckt, was machen die Leute mit dem Ritter, ja, so ein bisschen Feedback, etc. Und da wurde halt auch festgestellt, die machen auch ein bisschen Schweinkram mit dem Killer, äh, beziehungsweise mit seiner Fähigkeit. Und dementsprechend, äh, haben sie sich gedacht, anstatt den jetzt zu nerven, buffen wir lieber mal die Fähigkeit, damit die Leute auch mal die Möglichkeit haben, diese effizienter in Jagden einzusetzen. Das heißt, du kannst jetzt, ähm, längere Strecken, äh, erstellen, ja, bis nicht mehr auf diese Mini-Version der, äh, Patrouille angewiesen. Und, äh, je weiter diese grüne Kugel, die man ja hat, wenn man Patrouillen erstellt, je weiter die von dem Survivor sich wegbewegt, äh, umso schlechter kann er die sehen, bis er sie gar nicht mehr sehen kann. Und das, so dem Killer dabei helfen, die, ähm, Patrouillen besser zu planen und die Survivor besser zu überraschen. Außerdem kriegt, ähm, kriegen die Patrouillen, oder ich glaube nur der Henker in dem Fall, ähm, der kann der Generatorin sehr effizient runtertreten, tatsächlich. Und er macht aktuell so viel Generatoren-Schaden wie der Killer selbst. Ja, wenn der Killer ohne Perks dran tritt, sind das 2,5% sofortiger Rückgang. Und, äh, mit dem neuen Update, also auch mit dem PDB dann morgen, äh, sind das dann 5%, ja, also sehr effizient auf jeden Fall, die auf Generatoren loszuschicken. Und irgendwas haben sie noch geschrieben, dass, äh, Leute irgendwie es geschafft haben, mit der Patrouille ihren Terror-Radius zu verstecken. Ich hab keine Ahnung, was damit gemeint war. Auf jeden Fall, das wird nicht mehr möglich sein. Äh, bin ich gespannt, was, also was damit, vielleicht wisst ihr, was damit gemeint ist, äh, ich weiß es leider nicht. Und deswegen bin ich auf den PDB morgen gespannt, was da so passiert. Dann wurde Creenhorst abgeändert, oder wird abgeändert. Die Entwickler haben auch hier Feedback gesammelt, ähm, die Leute haben gesagt, ja, die Karte ist ziemlich, äh, Survivor-Sited. Das konnten die Entwickler tatsächlich bestätigen mit ihren Daten, die sie gesammelt haben. Deswegen wird die Map ein bisschen kleiner gemacht. Ein paar Strukturen werden umgeändert. Und die Map wird ein bisschen killer-freundlicher gemacht. Und ein paar neue Strukturen, wie ihr auf dem Bild zu sehen, werden hinzukommen. Dann etwas, worauf ich mich sehr freue, wurde auch lange mal Zeit. Äh, der In-Game-Challenge-Tracker. Also, das, was sich viele Leute schon lange, 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 lange wünschen. Ähm, ihr habt eine Aufgabe für den Rift. Und ihr denkt euch gerade so, mitten in der Runde, habe ich das jetzt geschafft? Oder nicht? Muss ich noch was machen? Habe ich das erledigt? Blabbi-bub. Und mit dem PDB, um den nächsten Update, wird das dann, äh, ins Spiel kommen. Wenn ihr quasi dann Fortschritt sammelt, kriegt ihr das kurz angezeigt, hier in der laufenden Runde. Und das wird wirklich mal Zeit, dass das reinkommt. Also, mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen. Dann gibt es noch ein paar, äh, Gameflow-Improvements. Damit habe ich mich erstmal nicht weiter beschäftigt. Äh, weil ich aber mich da morgen ein bisschen reinknien. Dann, auf jeden Fall, gibt es ein, äh, Update zu den, äh, Merciless-Killer. Denn aktuell ist ja der Merciless-Killer, oder generell alles, was der Killer macht, dann das, äh, ans MMR gebunden, aber auch an dieses Emblem-System. Und viele, die, die, diese Erfolge noch nicht haben, diese Geschick-Erfolge, die ohne den Killer schon eine Weile spielen, die müssen richtig hart reinknüppeln gegen richtig gute Leute. Und das mit teilweise, also mit den Standard-Perks, mit den drei lehrbaren Talenten von einem. Und das kann, äh, in einem großen oder in einem High-MMR ganz schön frusten. Deswegen haben die Entwickler gesagt, okay, wir ändern das. Ja, dieses, äh, Merciless-Killer kriegst du dann, wenn du es schaffst, vier Leute zu töten. Und bei drei ist es der Rufless-Killer, bei eins bis zwei ist es der Brutal-Killer. Wenn du keinen killst, dann, äh, hungert der Entitus. Und das finde ich gut. Also das Haupt-Beschäft der Killer wird quasi damit verbunden, na, mit diesem neuen System. Und somit ist es auch einfacher, dann die Geschick-Erfolge nachzuholen. Weil man, wie gesagt, dann muss, kommt es nur noch auf die Kills an und nicht mehr auf das gesamte Paket. Dann gibt es hier die, äh, Iridescent-Charts-Prices. Äh, da geht es halt nur darum, da kommen ein paar Skins, die bisher, glaube ich, nur für Aura-Zellen drinne waren oder sowas. Äh, die werden dann wahrscheinlich, also ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich, äh, gucke gerade selber hier so ein bisschen drauf und überfliege das. Aber so wie sich das anhörte, werden da halt ein paar Skins, äh, dann für, äh, die, hat Shards halt verfügbar sein, statt für die Aura-Zellen. Dann gibt es noch ein Update wegen dem Cheaten. Und das war es im Großen und Ganzen. Also die wichtigen Sachen sind eigentlich die beiden, äh, einmal das hier, finde ich, ja, mit dem, dass man weiß, ob man eine Aufgabe geschafft hat. Das ist das Tracken, dass die Map verändert wird. Dass, äh, der Killer einen Buff kriegt und die Nurse wird benervt. Und natürlich, äh, das hier, das für die Solo-Cue ist sehr interessant. Ich freue mich morgen auf dem PDB. So viel zum schnellen Info-Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Abonniert auch ruhig mal meinen Kanal, das wäre richtig nice. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns dann morgen auf dem PDB. Bis dann und ciao. Wir sehen uns jetzt. Vielen Dank.